hallo und herzlich willkommen zu einer runde besiegt besiege besiege okay ich habe jetzt herausgefunden wie ich hier so die lenkung anbau warum es was grundgestell wieder annehmen die reifen wir setzen den auf den grund dann gehen wir hier auf die schlüssel maul schlüssel schlüssel maul schlüssel auf dem maul schlüssel und drücken drauf und da kann ich jetzt so zum beispiel links bis vorne und rechts ist hinten dann gehen wir jetzt da hinten hin machen wir da jetzt rechts nach vorne und links nach hinten und er da können wir noch mal wie schnell die sicht drehen sollen dabei mal 70 und bei denen hier auch 70 und könnte auch was einstecken ja jetzt haben wir die lenkung nach links und rechts vorne rückwärts eckantrieb haben wir und vorne ist die lenkung dann drüber auf start rückwärts vorwärts rechts rechts und links rückwärts die scharfe hilfe was machen die wollen mich fressen so cool war so einfach kann das bombe schnell durch ok die nächste zone das war eine zone und jetzt so hier mal schauen ach das zerstören das zerstören ja dann warte es doch kann ich auch damit machen hier ich brauche da irgendeinen schutz vorne drüber oben drüber amour bist du ach das geht immer an der seite drehen das war mit erne ja er kann man drehen und hier mein radiergubi was ja auch heraufgefunden haben und und wir kommen hier aus dem baum was das hier ne ach komm mal drauf klicken so so und 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 so ach ich denke mal es reicht hier wa ja locker und locker und flockig muss das reichen ach komm mal da noch mal ein bisschen Person rein da dann machen wir da auch noch mal was so ich glaube ich setze da noch mal ich denke mal das wird hier zu erreichen ja das wird reichen ja das wird reichen so sagt nein da kommt doch nicht hoch gibt es doch nicht das gibt es doch nicht jetzt auch springen da hoch das kann ja nicht wahr sein gleich drückwärts ja ja ach ach halt schon nicht so gerade nicht mehr na gut warte mal na gut ok jetzt ähm so nehmen wir mal wieder das radieren radieren wir das weg und 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 bauen wir hier ein klotz ran machen wir da wie beim ersten wieder so ein 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 Bohra oder ganz fühlt sich auf ne nehmen wir mal was anderes hier Lanze so und und dann nehmen wir mal weil ich jetzt Amor und immer b ja ach Mensch so 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 ok ok let's go let's go oh ja schon viel langsamer bisschen schwerer climbing ja aber ich denke wir schaffen wir brauchen glaube ich wir könnten wir gleich nur anpeaksen dann dann gibt sie mich wahrscheinlich schon schlagen guck mal jetzt komme ich doch fast ganz hoch na gut schauen wir uns nochmal die nächste runde an 90% leute kill ey das schaffe ich doch so oder obwohl wenn man das bisschen anders wir machen einfach einfach nur ach die reifen haben auch zum schutz na super na super ich würde auch machen können hätten wir die reifen hier abschießen können äh hier war die mechanik hm 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 he ach egal wenn wir das weg machen wir noch mal hier auch die armer trug und starten ganz normal fahr mal einfach hoch schützen bin ich abgefackelt trotzdem geschafft ich habe es trotzdem geschah keine leute mehr da alle weg naja 90 prozent braucht ich aber ich hab ja alle gekriegt ok nächste zone schauen was da ist ok ich denke mal das schaffen wir auch ganz schnell aber einfach so hier warum rennt er nicht bleibt doch mal stehen ich wusste ja ich wusste ja du musst mal meine anderen zeiten es ist ja unmöglich dass sie so weit weg laufen so fahr den doch über fahr den naja ok jetzt haben wir das video war es für heute und ich hoffe es auch am nächsten mal wieder ja dass es Viel Spaß und auf Wiedersehen.